Also ein Vorschlag, wie wir den Messenger von der Bayern Cloud nutzen, um uns bayernweit zu vernetzen. Ich glaube, es wäre wichtig. Nur so Beispiel ist die Physik. Wir haben bei 400 Gymnasien 1000 Lehrkräfte, die eine 11. Klasse unterrichtet, neuer Lehrplan. Also alle machen es zum ersten Mal und jeder für sich und viel zu alleine. Und da wäre so ein Raum im Messenger bayernweit wäre ganz gut, wenn bei 1000 Leuten auch nur 100 mitmachen oder 50 wäre das schon ausreichend. Es geht immer um Fragen und um Ideen. Also wer weiß was zu irgendeinem Versuch, wer kennt sich da aus und ich habe was gefunden, ich habe was mit Schülern gemacht, was denen Spaß gemacht hat, Projekt, irgendwas Besonderes. Aber es gibt schon diesen Austausch im Insta-Lehrerzimmer, Twitter-Lehrerzimmer, geht in Blue Sky und so weiter. Der Messenger ist natürlich nur ein Chat. Der hat nicht ganz so viele Funktionen wegen so Facebook, aber ist niederschwelliger datensicher. Da würden sich die Leute treffen, die am bayerischen Lehrplan interessiert sind, die da dicht arbeiten. Deswegen sehe ich da eine Chance, obwohl es nur so ein Chat ist und wir könnten den gut mit Meebis vernetzen. Das heißt also im Messenger sage ich, hallo, ich habe ein neues Projekt, aber die Datei zu dem Projekt, die speichere ich irgendwo bei Meebis, sodass man die in drei Jahren noch findet. Drive wird 2024 auch Bayern für den bayernweiten Austausch möglich sein. Dann kann man schön von Meebis immer so auch einen Link auf den Drive-Ordner stellen. Ich finde Drive einfach schöner zu bedienen bei diesem Ding. Das Gute am Messenger ist, ich habe Feedback. Da kann man Antworten fragen, diskutieren, Herzchen machen und so weiter. Und deswegen, also wenn man nur Meebis macht, das ist zu trocken, da gibt es keine Rückmeldung. Wenn ich da was hochstelle, weiß ich nicht, ob es jemand gut oder schlecht findet. Und deswegen besteht die Gefahr, dass bei so einer nur Meebis-Lösung einfach zu wenig hochgeladen wird. Dagegen mit dieser Aktion immer Messenger sagen, hallo, hier ist was Neues, könnte es gut funktionieren. Und dann eben der Link auf Drive, vielleicht ein Link auf Task Cards. Task Cards eignet sich auch sehr gut, um Dinge gemeinsam zu sammeln, die dann Spaß machen. Und wichtig ist diese wertschätzende Kommunikation. Wir nörgeln den ganzen Tag, das ist manchmal ein bisschen gefährlich. Gegenüber Kollegen, wenn man einen Vorzeichenfehler findet, sagt man erstmal, schöne Aufgabe, kleiner Vorzeichenfehler. Ja, statt irgendwie, hey, keine Ahnung. Ja, und immer so, danke für die Idee, bevor man sagt, ich habe ein anderes Konzept. Ja, statt, wie kann man nur. Ja, also immer, Daumen hoch, statt Daumen runter lieber gar nichts sagen. Aber die Kollegen freuen sich über Herzchen. So, Spezialteams können sich finden. Also wer zum Beispiel so eine 1 zu 1 Ausstattung mit Tablets hat. Halt, stopp, das ist zu weit, hier bin ich. Ja, und ganz viel frei arbeiten möchte. Vielleicht gibt es da nur 10 Lehrkräfte in Bayern, die ähnlich arbeiten. Und die haben aber eine Chance, sich in so einem Chat zu finden. Und die fühlen sich dann nicht so alleine. Die können sich austauschen, ausprobieren und so weiter. Also hier, darum geht es. Die Bayern Cloud nutzen, ein bisschen mit Task Cards. Damit es leichter wird, mehr Ideen Spaß macht.